yo leute heute wird ein ganz kurzes video aber ihr wisst bescheid morgen kommt auf jeden fall ein video raus wo ich zeige wie ich euch zeige wie man maincraft ohne geld zu bezahlen kostenlos spüren kann ich mache das gerade so wenn in diesem video geht das sorry leute dass ich gerade nicht geredet habe ich in diesem video geht es sorry leute weil irgendwas war gerade beim fernsehen in diesem video geht was ist es in diesem video geht es sorry dass ich ganz egal in diesem video geht es dass ich ein neues intro habe ich habe es ja schon wahrscheinlich gesehen es wird nur ganz kurz ist wie das nicht verarschen machen meine ps3 aus in diesem video geht es dass ich ein neues intro habe habe ich mir nicht neu sondern ich habe es erst geguckt auf loto wie das geht und so und ihr habt sich gerade gesehen und das ist nur ein mitteil video nicht so besonders ja lasst ein like da und tschau tschau